rest in peace genau mal gucken wir hier weiter kommen eigentlich 14 15 mittags pausen ende eigentlich andererseits moment grad wir zocken weiter erst mal schnurren kaffee einschütteln und dann geht sie weiter hat jemand schon eine idee wie wir das viel kriegen gibt es irgendwas besonderes aktiviert das ganze nicht gesehen ja f5 erst mal sehen wie viel schuss haben wir denn unendlich ja geil ich möchte den sitz ändern wer fährt wer fährt f1 f2 f3 jetzt muss ich echt gucken fahrzeuge fahrersitz schützenposition ist doch eins ok der fährt nicht der ist eingefroren was schubst du mich warum kann ich denn nicht fahren kann nur schießen so kacke der bewegt sich ist doch scheiße kein vollzeug dabei nein wir haben was auf dem radar gefunden vielleicht sollte man sich das mal anschauen nein ich gucke gar nicht erst hin positiver kontakt das gibt es doch nicht oh gibt es da nicht irgendwo also hier ist noch ein und 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 Ja! Erende von den Leuten! Ende, sie lecken den Beschuss auf dich und gehen drüben in Deckung. Die behaartigen Schwere Artillerie. Feinfischer! Ich sehe ein Schwachbund aus den Kiefer zielen. Aha! Feuer darf allen Richtung an! Kiefer. Habt ihr das erste Mal jetzt gehört? Oh, die Füße. Au, 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 au. Rock'n'Roll und Lift-Gun! Kaffee, zu mir! Hände sie ihn! Schöne raus und zut ihn! Was? Das war's jetzt voll wirklich. Ihr habt's gehört. Zusammenpackt. Los geht's. Alles klar? Gut. Psycho, Sie gehen voraus. Abmarsch! Die soll ich nicht wieder. Die Mission geht vor. Wir unterstützen jetzt direkt das Raptor-Team. Fall auf den Behälter! Wir vermissen einen Mann! Ja, und auf der anderen Seite dieses vereisten Bergrückens ein ganzes Team. Hauen wir einfach ab von hier. Genau. Gehen wir einfach. Was? Achso. Frozen Paradise. Auf Deutsch. Gefroren, das Paradies. Psycho, Emerson hier. Wir haben KVA-Funk-Signale abgefangen. Colonel Lee müsste ganz in ihrer Nähe sein. Sie müssen seine Spur wieder aufnehmen. Gehen wir! Ist was? Ist was? Äh. Ist nix. Bin getroffen! Mal am Boden! Mal am Boden! Tarnmodus! Los! Steine! Nein, nein, nein! Cupcake, alles klar? Ja, ja! Ich bin ein Immunator! Scharfschätzen auf 12 Uhr! Oben auf den Träger! Raketenwerfer! Da sind wir die Fall drin. Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ja! Scharfschätzen neutralisiert! Cool! Kannst aufhören! Raketenwerfer erledigt! Los, der Psycho! Wir geben ihn Deck und verpassen wir diesem Kern und liefern mir einen Tritt in den Arsch! Nee, nee! Guck, was da kommt! Das war alles! Wo seid ihr jetzt schon wieder? Da hinten? Okay, gut. Ja. Wenn ich jetzt hier runterfahre. Bin schon unten. Okay, ich glaub, ich muss die Minigun doppelte tauschen, oder? Was ist das Ding hier schickes? Na, ich nehm noch die. Komm her! Whoa! Viel funktioniert! We gotta viel funktioniert! Entschuldigung. Geh mal zittern, Alter. Kommt der jetzt? Er hat sich her. Maximale Stärke. Aha. F5, ich seh mich schon da runterfallen. Ja, geht schon. Wir haben gesicherte Informationen, dass Colonel Lee auf der anderen Seite des Trägers im Moment außer Gefecht ist. Machen Sie schnell, dann können Sie vielleicht eingreifen, bevor er weitermachen kann. Ich schieße Sie in die Knie, bist du da? Sache stopp. Kann ich den wenigstens jetzt wieder meinen Reflexverkehrsverkehr verwenden? Nein. Ey. Das ist doch keine Chance, was durchzugucken. Äh. So. Tschu-oing. Tschu-oing. Komm her. Alles gut für dich? Gut. Ich glaube, ich muss die Waffe mal wieder wechseln, bei derweilen. Ob meine Skal gleich leer wird. Und hier sind 350 Schuss drin. Wait. Was? Ich will da lang. Ich will da lang. Ich will da lang. Was ist das so? Ach, du ahnst es nicht. Das geht ja voll in die Hose. Ah! Ja, die Skale ist einfach besser. Egal wie. Mach es laut hier unten. Fahrenfeld aktiviert. Tukka! Lauf da rein. Komm schon. Lauf da rein. Komm schon. Den kann man ja gar nicht festhalten wie die anderen. Dann. Jetzt sind schon zwei auf gelb. Ah, fuck. Energie kritisch. Fahrenfeld aktiviert. Okay, du kannst auch laut sein. Das spielt hier keine Rolle. Bleibst du jetzt mal stehen? Okay, das darf ich nicht ganz. Aber ich sollte die dann nicht laufen. Tukka! Tukka! Ja, ich muss die Säule kippen. Maximale Panzerung. Tukka! 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 in die fresse durch die maske hallo schmeißt freiwillig die waffe weg so haben wir schon da gehts raus benutzen ok da hinten ist nichts mehr dann müssen wir hier hoch maximale stärke die frage ist jetzt die bleiben wir hier draußen oder gehen wir jetzt noch mal hoch energie kritisch maximale mit was zu fuß zu fuß die 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 hören sie nicht Oh, head off! Oh, head off!